Der Grund, warum so viele von euch sich nicht trauen, diese Komfortzone hier zu verlassen, ist, weil danach erstmal die Angstzone wartet. Angst, Unsicherheit, ich kann das nicht, Zweifel. Deswegen blockt ihr hier schon ab. Was ihr allerdings nicht versteht, ist, dass nach der Angstzone die Lärmzone kommt, wo ihr über euch hinauswachst, neue Fähigkeiten erlernt. Und nach der Lärmzone kommt die Wachstumszone. Ja, hier habt ihr diesen Skill verinnerlicht. Ihr habt ihn zu eurer Gewohnheit gemacht. Und ihr blickt zurück und denkt euch, Mensch, das war doch alles gar nicht so schlimm. Wenn ihr versteht, dass nach der Komfortzone die Angst überwunden werden muss, um alles andere leichter zu machen, dann habt ihr gewonnen.